MikroTown Ja, und ich habe kurz in der Option nur reingeguckt, was für Einstellungsmöglichkeiten sind, da sind schon diverse dabei, was man hier so machen kann Audio habe ich ein bisschen Musik leiser gemacht, Soundeffekte sind noch laut geblieben, Gameplay-System, da kann man auch gewisse Dinge einstellen, wollte ich aber jetzt gar nicht tun So könnt ihr euch ansehen und Control-Info gibt es, linke Maus, das rechte, WASD und da kann man die Kamera mit bewegen Der linke Shift-Key hat contextual action changes, some actions can be done in an alternate or adjustable manner For example holding Shift while placing buildings will not cancel the build mode, ah, das ist so wie bei, ja, was war es, Towns, dass man das weiter dann nutzen kann, okay Tab hold speed up, also anhalten und schneller und Escape ist Pause, Menü und Close Controller hatten wir, Credits, das ist Snowy Ash Games, die es rausgebracht haben und der Entwickler, der ganz alleine da ist, ist Rudy the Death Und Sometimes Loved at My Jokes, Vladimir Stuff from Cold Wild Games, das ist dann wahrscheinlich ein Kooperationspartner oder sowas Ja, das sind die Optionen gewesen, Load Game können wir nicht, wollen wir nicht haben, also machen wir ein New Game Und da kann man auswählen, Objektive, Monument Construction oder Sandbox, bleiben wir bei dem, was da eingestellt ist Map Size würde ich aber gerne auf groß machen, Technology Starter Tags oder All Tags Unlocked Ja, eigentlich zum Vorstellen wäre All Tags, aber nein, wir machen Starter Tags und Tutorial, wollen wir haben, machen wir den Start, so wie ihr seht, soziale Medien hier unten rechts Jetzt könnt ihr gerne da mal reinschauen, please wait while we crunch the numbers Okay, 66% Type hold shift to build multiple Okay, tip hold shift to build multiple Okay, und das ist hier unser erstes Build Line von unserem Dörflein, würde ich sagen, sieht ganz cool aus, obwohl es Pixel ist, finde ich es doch sehr Ja, wie soll man sagen Ja Anmutigend Gut, wer steht denn hier Welcome to Microtown, these tutorial messages will get you started with your village Click continue below to proceed Ja, haben wir gemacht So, wer steht denn hier Welcome to Microtown, these tutorial messages will get you started with your village These are needed to build construction, building constructions Continue, left start with a lumber, let's start with a lumberjack Click the resource building tab, then the lumberjack building button, click in a wall to place a construction site near some trees Okay, das hört sich doch schon mal cool an, ah, da gibt's noch einen Radius, den man dann da so, ne, machen kann Ich würde das mal hier machen Geht aber nicht, weil lässt sich ja da nicht hinbauen, ne Die Kamera kann man mit WASD verschieben, stand da, hier wäre natürlich, ah, guck mal, das wäre das doch, das wäre ideal, ne Aber zum Dorf, relativ weit weg, aber ich glaube die anderen Sachen sind auch zu weit weg Also, kommt die Hütte dahin, das geht aber nicht Äh, ja Wahrscheinlich muss die grün werden, so wie es aussieht, genau Das ist nicht so schön, dann, ah, das ist zu weit weg, oder? Da ist alles rot Und da ist auch alles rot Dann, da sind dann die Bäume drin, also bleibt uns nichts über, als das so zu machen, oder? Hier wäre natürlich dann optimal Zack, gibt's auch so Wait for the, ach, die laufen schon los, alles klar, die bauen jetzt die Hütte, da Lambercheck will to the constructed Villagers will carry the necessary materials to the construction site and builder will construct it Äh, worker will then, oh, das ist mit schönem Sound Das ist sehr schön gemacht Hier ist an der Construction Workers, und da kann man auch sehen, was da passiert Also, es ist sehr, sehr schön, so wie das aussieht Hier oben noch ein paar Sachen Und das werden wir alle abgucken Er läuft schon los und hackt Bäume Okay Trees down into locks Locks still have to be cut into planks at a sawmill Also, eine Sägemühle brauchen wir jetzt Die dann hier ist Und da unsere Stadt da ist, gehe ich von aus, dass es Sinn macht Die auf dem Weg dahin zu machen, oder? Machen wir sie dahin Dann so mal A sawmill running while it can process items as it only house workers at needs any auxiliary sawhorse Select the sawmill and construct a sawhorse Ah, ein Segefährt, oder sowas, ja A wall station to craft planks from rocks for a sawmill Achso, das Ne, das macht nix, oder? Und wenn es fertig ist, geht es erst Siehst du, dann ist hier was gekommen gerade Achso, das muss ich auswählen und dann muss ich das dahin machen Alles klar So läuft's Und die bauen das wieder Okay, also dann wird man Wie heißt das denn? Ruckelpferd oder so ähnlich? Ruckelpferd, weiß ich gar nicht, wie das heißt Das braucht man dafür Alles klar Cool Äh Ja So, fertig Jetzt können die Pferdchen dann da los Ach, das ist ein Das ist, das ist Ach, sawhorse ist kein Ruckelpferd Sondern sawhorse ist ein Ding Sag schon, ne, ja, so ein Ich komm nicht drauf Ja, so ein Sägegestell halt da, ne So, was soll man noch machen? Query Premier resource comes from stone That can be mined from rocks Das müssten diese hier dann sein, ne Also das Und wahrscheinlich dann hier, oder? Constructually building next to some rocks Gibt's da unten noch welche? Nein, das ist hier oben Also da Machen wir Und da ist auch wieder was auszuwählen Mine for stones Query worker can't mine the tiles directly Select prairie and construct a mine on the rocks Ja, dann da Läuft, oder? Das ist Keine Ahnung, das wird angezeigt hier immer wieder Und poppt auf und ist wieder zu Keine Ahnung, was ist Construct a mason Ein Stein mit sollen wir jetzt machen Der ist das Ja, den machen wir dann hier unterwegs hin Just like Dann machen wir ein bisschen näher ran Aber nur in der Nähe, ne? Required construction materials Planks Hier mal Stone steps Zweimal Ja Workers brauchen wir da auch noch für These are the basic principles of construction Wait for the building to get finished And you should soon have working production chains for basic materials Okay Klar, super Super Food building Gardener Okay Keine Ahnung, wo hier was positives ist Würde ich jetzt mal Hier nicht so annehmen, dass es gut ist, sondern mehr saftiges grün Ich denke ich würd's mal hier so hinsetzen Vielleicht bringt das das ja Okay Okay Now that the village has been steady supply of construction materials We should establish food production Mouse over the food information label at the top of the screen to see how much it's left Okay Available carrots eleven stored available tomatoes five five stored storage speed storage space nicht speed One granary four carrots 24 gehen immer rein und auch tomaten wohl Consuming one point four in a minute, okay Alles klar Wer dann die several garden plots rounded Okay, dann müssen wir jetzt die garden plots machen Several stand da Ja, ich mach das dann mal auf der anderen Seite auch noch, oder? Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig ist Garden plot for carrots, garden plot for tomatoes, ne, wird schon passend sein Ja, Monokultur ist natürlich schlecht, vielleicht müssen wir mehr mischen müssen, ne? Okay, garden and the several garden plots, das machen wir Select the garden and construct six garden plots near it Okay, dann machen wir das nochmal Dann machen wir da die Tomaten hin Und da machen wir die Karotten hin Wenn ich das denn richtig so gemacht hab So, das machen sie auch Gut, das läuft mit dem Essen Das läuft mit dem Holz Das läuft mit den Steinen Wir hören es rund um die Uhr Es ist am sägen Jetzt braucht man noch was zum aufforsten, ne? Damit wir hier wieder Bäume hinkriegen Aber die Manneken sind ganz lustig am hüppen da, ne? Ist cool gemacht Was haben wir denn hier? So, Monument, Construction Achso, das war unser Ziel Alles klar 0 von 3 Dörfler Haus 0 von 3 Eulage 16 Dorfbewohner wahrscheinlich Gaza Vegetables Gardener 1 von 1 Karotts 0 Tomaten 0 Prepare Building Foundations Query Mason Stone Steps Okay This Many Garden Plots Is a lot of 100 to 4 One Worker So, aha Wir müssen mehr Leute einstellen Können wir da wieder reingucken Available Carrots 9 Tomatoes 4 Storage Space Einmal Consuming 1,4 Minute Ja, das hat sich nicht geändert Enough food to continue expanding the village Ja The population is 16 auf 16 Okay, da geht nichts mehr Brauchen wir also Häuser 16 Ne, 10 Träger haben wir 6 Arbeiter Kein Builder Kein Bauer Aufbauer Kein Architekten Oder wie man sie auch immer nennen will Oder Handwerker Idle War da auch This village population can only grow if there is enough housing Mouse over there Ja, haben wir gemacht We're at the top of the screen to see how much housing is provided To increase the population limits Houses must be built Construct a house Okay, geht jetzt hier weiter Das ist ein Haus Und wenn wir schon dabei sind machen wir es dahin Let's wait for the house to build as soon as it's ready New villages will start moving in Okay Ja, bestimmt wenn das fertig ist, ziehen die da ein Stone Steps mal 2 Flank mal 1 Okay, da sieht man immer die neuesten Nachrichten oder was Und hier unten Grasland Kann ich auch was anderes sehen hier Ah, damit das ist, was ich ausgewählt habe mit meiner Maus Alles klar Grasland Was ist das hier? Auch Grasland Das hier ist auch Grasland Oh, Flowers sind da auch noch, okay Was ist das hier? Achso, da ist unser Garden Plot Ist aber Grasland Production Carrots are being produced here Und da tomatoes Achso, da kann man sehen, was besser oder schlechter ist Oder wie sehe ich das? Weil das ist braun und das ist grün Achso, das ist jetzt, ja, okay Und was sind diese Balken hier? Operation Operation Progress Und die ist jetzt fertig, ne? Achso, zwei Minuten braucht das bis dieser Step durch ist und hier ist dann ne Erntezeit wahrscheinlich I work about the building at this step Ah, jetzt holt er das da auch grad runter, wie man sieht Mit der Sinse, oder wie hat er die Möhren rausgeholen? sah so aus okay and you will know we are 22 und wir haben auch schon 22 krass townhall begin working any of our tasks okay the words grows but I just ran can discover new technologies knows over the and the summer its current knowledge null complete goals to earn more okay wir müssen ziele erarbeiten um mehr punkte zu kriegen so wie das hier rechts auch steht ne prepare building foundation prepare construction materials okay a wide level search points complete okay alles klar continue the primary way to gather knowledge is for the villagers to complete goals these goals appear and unlock as the time progresses you can mouse over the individual goals to learn more about the requirements on there they are fulfilled you can claim the points claim a total of ten knowledge points okay die habe ich jetzt geclaimed und die kann ich auch claimen und dann geht es auch schon weiter okay I've learned enough ten knowledge from their work to discover something new open the knowledge research window where the button to the button right panel Aha da unten gibt es das knowledge research okay das ist ein schöner tech baum und wir sollen farming auswählen weil essen ist wichtig ne okay haben wir gemacht super Concludes the introductory tutorial for this concludes the introductory tutorial for my well you can mouse over most stuff in the game to learn more about what it does have fun okay das war das tutorial Das haben wir dann ja schon mal durch ne das ist ja schon mal cool so jetzt sehen wir was hier los ist Wir können dann ja so richtig loslegen was das hier in der haifischflosche ne in der straße okay Jetzt müsste man dann wissen was macht Sinn ne also hier macht eine straße Sinn wahrscheinlich So ne Würde ich mal sagen ne Und hier würde er ja auch dann eine straße Sinn machen Richtung dem da oben ne oder? Und was macht er hier? Ach der sehe ich So ab ins Zentrum ne? So jetzt müssen wir gucken dass wir die ernähren Dafür sollten wir vielleicht mal hier nochmal reingehen und vielleicht doch noch ein paar mehr machen Würde ich jetzt sagen ne? Und dafür brauchen wir vielleicht noch einen mehr da drinnen Arbeitsstelle freigegeben dann kommt da gleich irgendwann einer oder? So ne Hütte wäre vielleicht auch noch nicht schlecht Machen wir mal da ein was sind das denn hier für Türmchen Granary und Warehouse okay und das hier ist ein Market Square Ja vielleicht brauchen die mal Market Square oder? Ja das machen wir da mitten ins Dorf Plank und Stone brauchen die und dann gibt es auch A Trading Place for nearby Market Square Okay das heißt wir können den mal da so machen So nen Stand ne würde ich sagen ist das dann Hier waren die Karottenhütten die Farm gibt es dann als nächstes Crops in nearby Cropfield including Crops Ne Carrots, Tomatoes, Wheat, Barley and Ham Okay würde ich jetzt mal so dahin machen Läuft oder? Und da können wir dann noch so eins, zwei, drei, vier Und eins, zwei, drei, vier Dann stellen wir noch einen ein Haben wir schon ein Häuschen gebaut? Ne wird noch gebaut glaube ich ne? Läuft soweit Wir haben 22 Bewohner Wie ist denn mit dem Essen? Wieviel brauchen wir denn? Konsum 2 die Minute, okay Wir sind ja schon am Ausbauen da ne? Die sind richtig ordentlich am Kloppen Das mit der Säge, das ist jetzt die Frage Wer forstet das denn da auf? Gibt es denn hier einen Förster? Sawmill Query Oh ist denn, okay Woodbuilding Village Achso wir können ja mal gucken Eigentlich hier brauchen wir was Hm, damit wir hier weiter kommen ne? Forstree Ah hier, das ist auch forsten dann ne? Und 10 Punkte, aber wie soll ich den denn jetzt erhalten? Muss ich da hier was machen? Go Provide Housing Provide Housing Housing 2 von 3 Villager 26 von 30 Wir haben 2 Häuser von 3 Wie stellte ich das? Increased Increased Population Limit By 6 And a thousand That's just too good To Move in Okay Ja komm, ist ja erstmal hier top, wenn wir hier weiter bauen, oder? Würde ich sagen, ne? Die stehen rum und tun nichts Was ist denn das? So, was macht denn der Marktstand jetzt hier? Market Stall Aber mehr kann ich da auch nicht sehen, ne? Ah, der linke Schiff da ist da, kann man noch was sehen, ne? Kann man nix sehen So, dann kann ich das kopieren, oder was? Machen wir da noch einen hin, ne? So, hier haben wir schon durch Da sind wir auch durch Die Straße haben wir gebaut Wird jetzt Sozusagen hier noch ein bisschen so gucken, dass man die Straße so durchzieht, ne? Was machen die hier? Nix Achso, er macht da grad was, der sät da, oder was? Äh, warte mal, dann machen wir das mal aus Das an Aber ne, wir haben schon 2 reingesetzt Wie sieht's hier aus? Ja, da sind schon 3 drin, ne? Die sind auch ordentlich am ernten Wie sieht's mit Essen überhaupt aus? 2,5 brauchen wir mal Consuming Wir haben aber 10 stored 1 over Waiting Delivery 5 stored Tomatoes Storage Space Ist alles gut Was ist das? Ach, das ist die Straße Waiting for work Relature 2 Ja, ich glaube, jetzt können wir mal hier so ein bisschen expandieren, ne? Zack, machen wir hier mal noch ein Häuschen hin Das ist ja mitten im grünen Und die Sommel Machen wir da hin Da haben wir wahrscheinlich Glück gehabt, dass wir die passend da hingesetzt haben, oder? Haben wir die überhaupt passend da hingesetzt? Weiß ich nicht Ist auch egal So, die sind ordentlich am Tragen Steine und so Und die Straße können wir mal verlängern dann, ne? Achso, das können wir mal nur ein Feld nach dem anderen machen So So, ein Sägebock So, heißt das Ding jetzt Vorhin wusste ich nicht, wie das Ding heißt, der Sägebock, ne? Jetzt wissen wir das Okay, da wird noch gearbeitet Und da natürlich auch Aber hier kann man den Sägebock schon mal bauen Den machen wir dann da hin Die Villager sind schon unterwegs Ah, hier Wir haben Gather Vegetables gemacht So, das heißt, wir können hier unten in den Forst-, äh, Schungsbaum gehen Machen da auch Forstung Wie, Keeping Also, Bienenimker Wollen wir den, oder Hurling Das ist wahrscheinlich irgendwie, ich sag schon, äh Mining Smelting Bricklaying Metzen Clothing Ah, da gibt es ja ganz schön viele Sachen Rowing ist natürlich cool, ne? Brewing Wir brauchen Bier, wir brauchen eine Kneipe, wir wollen saufen Aber 35 Punkte haben wir nicht Wir haben nochmal 10 Das heißt, wir machen das Das ist wohl so verlangt, würde ich sagen, ne? So, dann muss ja hier was passiert sein, ne? Ja, ist es auch About his growth, new saplings and nearly three Okay, das heißt, er kommt da oben hin Wo ist die Säge? Und da ist die Mühle Das heißt, hier kommt der auf Forst dahin Was ist das? Forrester Das ist natürlich super, ne? Was macht er denn jetzt hier? Er züchtet die Sitzlinge Und er forstet auf Ja, komm, egal Machen wir da hin Dann haben wir da unser Forstzentrum Das ist schon mal erledigt Das andere war ja jetzt Mining, ne? Quarry Mason Haben wir ja alle schon da Aber dafür gab es jetzt nichts, ne? Für Mason hier Dann haben wir doch gemacht Mining, oder? Coal Achso, wir können dann andere Hütten machen, alles klar Ist dann auch hier gerade schon gekommen, ne? Sand Clay Rocks Ja, wir müssen nur jetzt wissen, wo es das Zeug gibt, da Was wir abbauen wollen, ne? Clay Rocks Oh, da muss man dann aber weit laufen vielleicht, ne? Rocks Ja, weiß ich nicht, was wir wo weg holen können Kriegen wir das hier irgendwo gewahr? Äh, da ist alles rot Da geht es auch nicht Achso, daneben geht es nur Ich würde jetzt mal da hinsetzen Aber ich würde ja gerne erstmal wissen, wo ich hier was finde Hier Das sind wieder Rocks Das war Sand Gibt es denn irgendwo Coal or Or Oder muss ich das auch irgendwie erst erforschen? Ich kann ja mal die Welt hier so ein bisschen angucken Aber es sieht alles so aus, als ob das alles identisch ist, ne? Ja, weiß ich auch nicht Aber er hat kein Dingens mehr, ne? Der ist schlecht, ne? Rocks Gucken wir mal grad weiter Die Farm haben wir da eingebaut Das sind die Hütten Kann nur eins Storen 18, 14, 4 Also da wollen wir uns erstmal keine Sorgen machen, ne? Und Kartoffeln haben wir auch Potatoes, okay? Äh, die Straße hat sich nicht geändert Weißt du was? Wir machen mal hier noch einen hin Und von dem anderen machen wir auch noch einen hin Da haben die erstmal was zu tun Ja, niedlich gemacht, aber irgendwie Fehlt mir jetzt gerade, ne? Der Weg zum weiteren Vorgehen Wo finde ich zum Beispiel Kohle? Wie komme ich an Kohle? Haus Wir haben 28 von 28, ne? Komm, wir bauen noch ein Haus Was haben wir denn hier so noch? Item Report Professional Distribution Item Re... Distribution, okay Und das war unser Forschungsbaum Wo wir hier noch nichts haben Coal Iron Ore Mine Ore Steht da was? Mined from mines at a prairie or mats Lodi from logs at a coal maker Okay, das heißt wir müssen da weiter Ja Die Kohle, das wird schwierig, ne? Die müssen wir nämlich dann irgendwo finden Iron Ore Mine from mines at a query used to make Kann man denn vielleicht Warte mal das hier hinsetzen Und dann kann man das hier unten auswählen, alles klar Alles gut, das heißt wir haben jetzt hier das ausgewählt Lassen wir so laufen und er macht dann den zweiten Weg, das ist auch okay dann Okay, haben wir dann schon mal verstanden Was macht der Mason? Ja, der macht nur Masons Okay, lassen wir mal so laufen, ne? Würde ich sagen Ja, das ist ja jetzt schon mal hier wieder schlecht, weil hier auch nicht weiter gearbeitet wird Machen die denn hier was? Wird das gebaut oder nicht? Wir haben keine Leute, das ist unser Problem, das heißt wir müssen mal ein Haus bauen, ne? Aber das habe ich doch hier auch schon gesagt Warte mal, dann machen wir das mal anders Hier, wir haben ja hier so eine schicke Straße, die wir hier dann nochmal so durchbauen, ne? Und dann bauen wir da nochmal ein Haus dran, ne? So wie das da, können wir das ja auch noch bauen, ne? Fehlt uns hier irgendwas, dass wir das nicht bauen? Ja, der holt Steine Planks Und wir haben kein Holz und deswegen gibt es auch keine Planks und das ist unser Problem, ne? Hatten wir nicht irgendwo was hingebaut? Kann man das Einflussgebiet verändern? Ne, ne? Das ist jetzt aber doof, ne? Hatten wir nicht irgendwo noch eine Mühle hingesetzt? Also wir kommen jetzt nicht an Rohstoffe Ja, da hatten wir es hinsetzen wollen Oh, das ist jetzt aber richtig doof, oder? Was, kann man das abreißen? Ja Ah, Set Operation Location Alles klar, das kann man ändern Das ist cool, dass wir das wissen Das heißt, wir haben einen anderen Bereich zu setzen Läuft dann, ne? Jetzt baut er wieder ab Das heißt, gleich gibt es wieder Sägen Und dann kann man auch wieder Neues machen Alles gut Gut, dann geht es voran Hatte schon Sorgen, dass das jetzt hier gerade zum Stillstand kommt Aber wir haben es dann doch geschafft Und er geht relativ viel den Weg lang Auf jeden Fall er hier zum Sägen Und der Träger hat es da hingelegt Und dann kommt der Sägemann Und der sehe ich das jetzt Läuft, ne? Viel Schwäne fallen da Okay, das ist dann schon mal geklärt Das haben wir hingekriegt Hier passiert nicht so viel Kann man auf jeden Fall nicht sehen Hier Happiness Happiness, okay Alles klar Läuft hier, ne? Und da wird es schlechter, oder? Wie sehe ich das? Aber wir sind gerade richtig glücklich Das ist schon mal was Gut, dann würde ich jetzt mal sagen Können wir das bei dem vorgestellten mal hier so lassen Das war unsere erste Vorschau Wir machen bestimmt auch noch eine zweite oder sowas Äh, wechseln uns dann mit einem anderen Vorgestellt ab, denke ich mal Aber Graveyard Keeper Wie hieß das? Ne? Das ist, äh Breaking Dead, oder wie war das? Da sind wir ja auch unterwegs Das kommt dann in der nächsten Runde wieder Und dann machen wir hier noch eins, denke ich mal Oder wir machen zwei von hier nacheinander Und das nächste Bin ich ja jetzt nicht so sicher wie da vorgehen Aber wir wollen noch ein bisschen etwas entdecken Auf jeden Fall Das, äh Denke ich mal Ist eine coole Geschichte, die der Rudi da programmiert hat Thanks for the key Rudi And Nice game Äh Ja Good work Let's Pro Ja, wie soll man sagen Lass ihn unterstützen Äh Ja, unterstützen Ähm Wie sagt man das nochmal? Ich komm jetzt nicht drauf Äh Ja Ja Genau Irgendwer kann mir das bestimmt mal irgendwann sagen In einem Kommentar Dann kann ich das nächste Mal noch anwenden Und wir sehen weiter, wie das hier klappt Ja, der Gute kommt aus Latvia, glaube Latvia Weiß nicht, wie das ausgesprochen wird Das ist da oben die baltischen Staaten, ne Und Ja, coole Arbeit Ich find's sehr niedlich hier gemacht Mit den Bäumen Sehr detailverliebt So, diese Pixel-Art ist natürlich richtig cool Rein-raus-zoomen geht leider nicht Ich weiß jetzt nicht, ob man mit irgendwelchen Tasten das macht Aber bevor ich hier das Spiel abbreche, lassen wir's Ne Und, naja, wir kommen schon dazu Oh, wir haben jetzt hier gerade wieder mal den Punkt Dass er den letzten Baum da weg geholt hat Das heißt, wir müssen bis dahin noch Dann geht's da weiter Aber ich glaube hier unten Oh, können wir das priorisieren Dass das zuerst gebaut wird Ja, wir können da mal drei Leute hin schicken Vielleicht geht's dann voran Auf jeden Fall Er wird gebaut Super Okay, dann würde ich sagen Wenn ihr euch die Folge gefallen hat Ja, da kann ich nur eine Empfehlung für aussprechen Die paar Kronen da auszugeben Das lohnt wirklich Alles klar Dann würde ich sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dann Tschüss Bis dann Bis dann Bis dann